Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Christian und heute zocken wir Naruto Ultimate Ninja Storm. Neu. Obwohl, Neu ist eigentlich glaube ich Schwachsinn. Ja, ja, laber mich mal jetzt hier nicht die ganze Zeit zu. Also ist die Playstation 3 Version? Die hier zocken. Neu war dumm. Wie viele Sachen wirst du denen hier bitte zugehauen? Gib mir mal nochmal den Titelbildschirm. Ich werde vielleicht mal laden. Und dann gucken wir einfach mal, ob hier noch Daten vorhanden sind. Spielstand Nummer 1. Oder ist das das Ding, was ich... 16.12. Hier ist noch irgendwas vorhanden. Da haben wir vielleicht mehr Kämpfer. Das haut vielleicht ein bisschen besser hin. Freier Kampfmodus, ich glaube das ist es, was wir brauchen. Ja genau, dann gehen wir mal direkt rein in die Nummer. Und dann... Neu. Okay, das ist offensichtlich... Nicht so ganz, das... Aber hier sind noch mehr Kämpfer, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Für den Anfang werden wir sowieso... Erstmal ein Rundchen mit Naruto zocken. Und... Werden Sasuke und Sakura wieder mitnehmen. Äh... Feuerkugel finde ich glaube ich gar nicht so. Minenfalle. Ich mach mal das mit dem Insektenkick. Und dann werden wir uns mal den Gegner aussuchen. Der Gegner ist... Ich weiß gar nicht, wen wir als Gegner nehmen werden. Sollen wir mal Sasuke als Gegner nehmen? Macht das Sinn? Ne, ich werd mal... Ali ist auch cool. Ich werd mal Neiji als Gegner nehmen. Und der hat seine Homies dabei. Wer waren denn seine Homies nochmal? War Lee mit bei ihm im Team? Die hier waren glaube ich... Die drei waren ein Team. Ja, dann... Machen wir auch so. Lee und... Und sie. Wirbel. Joa. Ich hab sowieso keine Ahnung. Äh... Ich hab schon Ewigkeiten kein Naruto mehr geguckt. Und... Äh... Ich lass das jetzt einfach so. Und hier nehmen wir einfach Zufall. Und dann passt das schon. Wie gesagt, ich hab schon ewig nicht mehr gezockt. Ich glaub, dass ich jetzt hier ein bisschen auf die Fresse krieg. Ich sollte vielleicht auch mal wieder das Spiel irgendwie durchzocken. Aber ich überleg sowieso, ob ich mir die Playstation 4 Variante nochmal holen sollte. So gleich als... Ich glaub, da gibt's so ein Triple-Paket, ne? Okay, ja, warte mal. Komm mal her hier. Zack. Wie war denn das? Ich muss... Also, ja, genau. So war das. Alles klar. Und dann wieder hin? Nein, du musst ganz dicht dran. Ich will nicht mehr die Geister los schicken. Ich will schon... Wie konnte man abwehren? So konnte man blocken, ne? Ja, komm mal her, ja. Komm mal her, hier. Komm mal her, hier. Komm doch. Komm doch. Shit, 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 shit. Komm schon. Aua. Nein. Oh, verdammt. Das ist ja mega nervig. Hier, komm. Ich hau dir einfach mega auf die Ommel. Mist. Was? Er ist einfach zu schnell für mich. Zack, kann ich auch. Hey. Bam, 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 bam. Ah. Komm schon. Jetzt, jetzt. Nein. Ah, ich steh beim Morgen zu ihm. Aua, 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 aua. Zack, jetzt steht er beim Morgen zu mir, aber trotzdem komm ich nicht ran. Bäm, hab ich dich erwischt. Aber ich kann das gar nicht mehr. Ich konnte das noch nie so gut, aber irgendwie hat das geklappt. Ich weiß es nicht. Boah, ich müsste das Spiel wirklich mal wieder öfter zocken. Irgendwie. Ich merke, dass ich es nicht mehr kann, aber man merkt auch direkt so, es macht Fun. Macht schon Fun. Und jetzt fällt mir auch ein, mir fehlen extrem viele Charaktere, ne? Man kann doch nachher auch noch hier, da waren nicht nur drei, die da gefehlt haben, da haben noch vier, vier mehr. Warte. Komm her, ihr Säbeln. Und jetzt machen wir, weil wir so Pro-Gamer sind, uns nicht mehr den, die Hände schmutzig, das machen einfach die anderen. Ne, das war echt ganz geil. Zur Charakterauswahl. Nix Revanche. Revanche muss er auswählen, nicht wir. Ähm, und die Runde werden wir dann einfach mal mit Lee machen. Und dann nehmen wir, wie gesagt, auch die zwei Homies, die dazugehören. Und dann lasse ich das aus, oder passt schon. Und eben hatten wir Neiji als Gegner. Dann werden wir jetzt einfach einen weitergehen. Ach, wir nehmen ihn hier als Gegner und seine Homies. Ich war ja ganz früher überhaupt kein Naruto-Fan, ne. Ich fand immer, der sah, der sah voll wie der Dulli aus. Ich würde mich auch nicht unbedingt orange kleiden und so. Habe ich mir immer so gedacht, der sah aus, als wenn der so Katzenhaare auf der Wange hätte. Aber, dazu muss man auch sagen, das dauert bei mir immer so, weißt. Äh, ich hab grad früher mit Pokémon angefangen. Dann bin ich irgendwann zu... Einen Dragon Boy fand ich auch immer ganz geil. Dann bin ich irgendwann zu Digimon geswitcht. Dann bin ich irgendwann zu... Yu-Gi-Oh! geswitcht und so. Dann bin ich irgendwann zu One Piece geswitcht. Und irgendwann hast du halt alles mögliche mehr durch, so. Und dann nimmst du halt so das nächste. Und dann war das... Boah, wie er hier abgeht, Alter. Bäm, in die Fresse. Ähm, und dann gehst du irgendwann im Endeffekt immer zum Nächsten. Und dann habe ich mich auch mal dafür entschieden. Aua, shit, shit, shit. Ah, aua, aua. Komm schon. Bäm, 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 bäm. Wie war denn das hier? So. Ah, Digga, du bist drauf vorbeigesprungen. Jetzt. Jetzt habe ich's doch. Nein, ich kann das nicht mehr. Ich kann das... Ja, und dann fand ich das schon ziemlich geil. Also die Charaktere, das ist ähnlich wie bei One Piece so. Jeder macht so sein eigenes Ding. Wobei ich nachher auch sagen muss, bei Naruto Shibuden war ich irgendwann auch... Das habe ich auch noch anfangs geguckt, aber dann war ich nachher irgendwann raus. Warum, weiß ich auch nicht mehr so genau, aber... Bei One Piece war es ja damals, weil ich ganz gerne auf Deutsch geguckt habe. Und da war halt die Problematik, dass das halt irgendwann nicht mehr weiterging. Und dann bin ich raus gewesen und... Dann habe ich leider nicht mehr so richtig zurückgefunden. Wir werden nochmal mit Neji zocken. Der hat... Neji hatte ihn und sie, ne? Musste immer wieder überlegen, wer hier wen hatte. Jaja, komm, das passt schon alles. Ups. Nein, ich wollte... Ja, komm, von mir aus, den nehmen wir nochmal... Sasuke! Als Gegner. Passt schon. Ne, aber ohne Scheiß, da kriegt man schon irgendwie Bock. Kann ja sein, dass wir andere heute im Wald landen. Pfff. Oh Mann, ich muss mich gerade immer weiter rüberlehnen. Mich blendet die Sonne und ich will jetzt gerade nicht aufstehen. Nach dem Kampf, wenn das Video vorbei ist, werde ich erstmal zuziehen. Das blendet zu doll zum Aufnehmen. So. Pfff. Okay, das ging nicht weit genug. Oh Gott, wir sind voll langsam. Komm mal her hier, dass sie immer weghüpfen. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Alter, der geht hier richtig hart ab. Zwölfer-Kombo, Digga. Erstmal auf dich raufsetzen. Wups. Voll rein. Au. Ey, Digga. Ich setz meine Homies ein. Die machen nicht alle. Komm schon. Jetzt. Oh, den hat er geblockt. Wie fies. Dafür den aber nicht. Ne, ich kann ja auch nochmal ein paar Special-Attacken hier so mit reinwerfen. Bam, 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 bam. Die Dinge hier meinte ich. Ah, Mann. Verdammt. Ah, das gibt's an dich. Ich komm nicht an ihn ran. Jetzt hab ich dich. Boah, ey. Das ist ja, ist das, bei Dragon Ball war das, glaube ich, ne? Wo du denn alle Tasten ganz schnell drücken musstest oder so. Das ist nicht unbedingt besser. Aber einfacher. Naja, einfacher auch nicht wirklich. Na gut. Also, mit Neji haben wir dann auch noch gewonnen. Okay, wir, ich denk mal, es ist auf Amateur eingestellt. Wie gesagt, ich hab schon ein Jahr lang oder, ihr habt die Daten gesehen vorhin, die Speicherdaten. 2016, das ist schon über ein Jahr her, dass ich das letzte Mal gezockt hab. Aber wie gesagt, ich überleg auch, ob ich mir da irgendwie dieses Triple-Pack, aber da überleg ich noch bei ganz anderen Sachen, so bei Assassin's Creed und bei, ne, bei Assassin's, ja doch, bei Assassin's Creed, bei Uncharted, bei Resident Evil. Hab ich's mir schon geholt, denn Resident Evil werden wir vielleicht auch mal wieder reinzocken. Auf jeden Fall bin ich für dieses Spiel raus. Ihr könnt ja wie immer eure Gedanken in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Spiel auch wieder mit dabei und bis dann sag ich einfach mal, ciao.